Die Sendung «Geld» – mit freundlicher Unterstützung von Helvetia. Einfach. Klar. Helvetia. Und der Neue Aargauer Bank. Meine Lösung – Neue Aargauer Bank. Guten Abend und willkommen bei der Sendung «Geld». Mit dem 1. November, dem Tag aller Heiligen in dieser Woche, ist auch die Vergänglichkeit uns allen wieder stärker in unser Bewusstsein gerückt. Wir nehmen den 1. November als Anlass, um über das Erben und Testament zu sprechen. Wie muss man vorsorgen, damit es nach dem Tod keinen Streit unter den Erben gibt? Das Erbrecht ist seit fast 100 Jahren praktisch gleich. Weil sich aber die Lebensformen und die Familienstrukturen stark verändert haben, will der Bundesrat das Erbrecht revidieren und schlägt dem Parlament vor, den Pflichtteil für Kinder zu halbieren. Viele leben heute Patchwork-Familien. Doch viele Beziehungen sind rechtlich nicht anerkannt. Wenn jemand stirbt, hat der Partner keinen gesetzlichen Erbanspruch. Bei der Verteilung des Erben sollen wir künftig mehr Spielraum haben. Das Erbrecht soll also den veränderten Lebensrealitäten angepasst werden. Ich begrüsse jetzt Emanuele Bello, Verkaufsleiter bei der Helvetia Olten. Wie muss man vorsorgen, damit es nach dem Tod möglichst keinen Streit ums Erbe gibt? Da kann man mit ein paar wenigen Schritten viel bewirken. Konkret kann man ein handschriftliches Testament aufsetzen oder einen Erbvertrag abschliessen. Und die beiden notariellen Beglaubungen für konkubinanzbar ist es wichtig, dass man der Pensionskasse oder der jeweiligen Lebensversicherung die Partnerschaft melden, damit sie bei den Begünstigten angepasst werden. Noch gelten das alte fast 100-jährige Erbrechte in der Schweiz. Welchen Spielraum hat man jetzt, wenn man ein Testament verfasst? Das kommt ganz auf die Familienkonstellation an. Vor 100 Jahren hat man kinderlose Ehe oder Konkubinatspaare noch nicht gross in Betracht gezogen. Darum lohnt es sich, proaktiv das Ganze anzugehen und mit einem Experten anzuschauen, weil die Thematik ist doch recht komplex. Wenn man jetzt jemanden auszuschliessen vom eigenen Nachlass oder es umgekehrt machen möchte, wenn man jemanden möglichst gut und breit begünstigen möchte, was hat man da für Möglichkeiten im Testament? Ganz ausschliessen jemanden auf einem Pflichtteil ist fast unmöglich. Man kann aber jemanden, den man bevorzugen möchte, der kein Pflichtteil hat, das über die freie Quote machen. Und solche Einschränkungen oder Bevorzugungen muss man auch im Testament oder im Nebvertrag festgelegt haben. Wenn man jemanden ganz ohne Einschränkungen begünstigen möchte, kann man das über eine sogenannte Todesfallpolize. Wer will sicher gehen, dass seine Liebsten nach seinem Tod keine negative Überraschung erleben, sollte sich auch rechtzeitig um die Nachlassregelung rund um die Altersvorsorge kümmern. Auch wenn ein Paar schon länger im Konkubinat zusammenlebt, überkommt der überlebende Partner nach einem Todesfall nicht automatisch Leistungen der Pensionskasse. Die Voraussetzung ist, dass das Reglement der Kasse Begünstigung von Konkubinatspartnern vorgesehen und dass diese vorher angemeldet sind. Regeln muss man selber auch, wenn man Lebensversicherungen hält oder eine dritte Säule hat. Ja, welche Regeln gelten erbrechtlich bei der dritten Säule? Bei der Säule 3a, der gebundenen Vorsorge, sind die Begünstigungen gesetzlich festgelegt. Das wäre die Ehepartner, Partnerin oder die einträgenden Partner, sofern man eben gemeldet hat. Wenn keiner vorhanden, ist die direkte Nachkommen, dann die Eltern und dann die Geschwisterten oder eine frei wähltbare Person, sofern die in der Polissen festgehalten ist. Bei der Säule 3b, der freien Vorsorge, wie es der Name schon sagt, ist man dort frei in der Begünstigung. Sagen Sie eben, mehr Freiheit hat man bei der Verteilung des Erbes, gerade eben bei Lebensversicherungen. Welche Vorgaben gelten hier? Es kommt auch die Art der Lebensversicherung darauf an. Bei Todesfallpolissen ist die Begünstigung frei wählbar. Bei Lieberenten wird das Kapital oder die Renten automatisch an dieser Vertrag festgelegte Person weitergezahlt. Und bei sonstigen Kapitalleistungen aus Lebensversicherungen wird auch geschaut, wer gesetzlich oder vertraglich begünstigt wird. Welchen sind dann, nach Ihrer Erfahrung, häufige Fehler bei der Nachlassregelung, die man möglichst verhindern sollte? Das Eigengut muss bestens dokumentiert sein und die Begünstigungen auf dem aktuellsten Stand haben. Dann ein Extrembeispiel aus dem Alltag. Ein Konkubinatspartner mit Kindern, der verstirbt, hinterlässt eine Partnerin, die ein Eigenheim mit dieser Person hat. Sie muss das Kind auszahlen, kann das nicht, weil die liquiden Mittel fehlen. Und muss dementsprechend das Haus oder ihr Zuhause verlassen. Darum ist es wichtig, dass man sich mit dieser Testamente- und Erbrechtgeschichte auseinandersetzen darf. Sie dürfen keine Formfälle haben, weil sonst ist das Ganze nicht gültig. Darum empfehle ich, schaut das mit einem Fachmann an. Dann habt ihr Ruhe. Danke vielmals, Emanuele Upello. Das Smartphone ist für viele heute die treuste Begleiter. Auch Zahlungen, Börsengeschäfte oder sogar Hypothekenverlängerungen machen viele heute von unterwegs aus locker auf dem Smartphone. Wo geht die Reise hin beim Digital Banking? Welche Vorteile bringen diese technologischen Veränderungen unseren Kunden? Und wie steht es um die Sicherheit? Mehr dazu sehen und hören Sie es das nächste Mal wieder hier im Geld. Ich wünsche Ihnen ein gutes Wochenende und einen angenehmen Abend. Bis bald! Die Sendung Geld. Mit freundlicher Unterstützung von Helvetia. Einfach. Klar. Helvetia. Und der Neue Aargauer Bank. Meine Lösung. Neue Aargauer Bank.